Die Negativschlagzeilen um die ehemalige gute Zeiten, schlechte Zeiten Darstellerin Jasmin Tawil reißen nicht ab. Nach dem Serienaus vor rund 10 Jahren wurde es ruhig um die heute 36-jährige Punkt ihre Ehe mit dem ich plus ich Musiker Adel Tawil scheiterte und zog einen Rosenkrieg nach sich, die Musikkarriere floppte. Jetzt ist Jasmin Tawil auch noch obdachlos. Auf der Fotoplattform Instagram bestätigte die Ex-GZSZ-Schauspielerin entsprechende Medienberichte. Zu einem Foto, das sie und ihren Ex-Mann zeigt, schreibt sie, shit happens, right? Zuvor hatte sie geschrieben, sie sei heute nicht mehr die erfolgreiche Schauspielerin aus Berlin. Nicht mehr die Frau vom Popsänger. Nicht mehr der Soapstar. Sie sei in Amerika auf den Straßen Hawaii's gestrandet und arm. Dort plant sie laut übereinstimmenden Medienberichten den Aufbau eines Yoga-Zentrums. Doch auch im Paradies scheint es für die 36-Jährige nicht gut zu laufen. Erst kürzlich wurde sie laut Angaben der Bild-Zeitung Opfer eines Überfalls. Demnach hätten zwei Frauen sie mit Pfefferspray angegriffen und auf sie eingeschlagen. Die Täterinnen hätten ihr alles weggenommen. Tasche, Laptop, Geld und Pass. Seit dem Tod ihrer Serienfigur Franzika Reuter und dem damit verbundenen Ausstieg aus der Deli-Soap im Jahr 2008 hat sich in Tawils Leben viel verändert. 2015 trennten sich Jasmin und Adel Tawil nach 13 Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe. Bereits wenig später hatte der Musiker eine neue Freundin. Ihre blonden Haare hat sie sich abschneiden lassen. Sie trägt jetzt eine dunkle Kurzhaarfrisur. Für einen Neuanfang wanderte Tawil in die USA aus. Doch ihre Gesangs- und Schauspielkarriere kam auch dort nicht richtig in Schwung. Vor rund einem Jahr schockte sie ihre Fans in Facebook-Live-Video mit einer Alkoholbeichte. Sie gehe zu Treffen der anonymen Alkoholiker, berichtete das Promi-Magazin Kloser damals. Untertitelung des ZDF für funk, 2017